die entscheidung analog zu fotografieren bezieht sich primär auf die entscheidung wie man seinen workflow oder seine arbeitsweise letztendlich aufbaut und es geht weniger darum dass man sagt man möchte jetzt den analog look oder man möchte irgendwie cool sein weil man es einfach wieder so macht sondern es ist einfach für mich ein viel viel entspannteres arbeiten und ich denke es ist auch für die leute vor der kamera viel viel entspannter fotografie ist denke ich vor allem die porträtfotografie ist eine sehr intime sache man muss miteinander klarkommen man muss sich aufeinander einlassen und man muss auch so eine gewisse vertrauensbasis schaffen ich möchte auch nicht dass ein shooting termin mit mir irgendwie gleichbedeutend im kalender steht wie ein zahnarzt termin bei jemanden oder so shootings bei mir sind tatsächlich mindestens ein halber tag und ich fotografiere auch wirklich nur eine person am tag weil ich mich da schon so ein bisschen darauf einstelle und ich muss gucken okay wie mache ich das und ich kann dann nicht irgendwie am mittag einen bruch setzen und sagen okay alles zurück jetzt irgendwie nächster termin da sitze ich da meist irgendwie mit den leuten so ein zwei manchmal drei stunden und man lernt sich so ein bisschen kennen man ist ein bisschen okay kann man mit demjenigen klarkommen funktioniert das und da merkt man eigentlich schon schon ganz gut wird das was weil ich sage auch immer okay leute mit denen ich arbeite das müssen auch leute sein mit denen ich vielleicht mal ein cocktail trinken gehen kann oder so ich mache halt in dem shooting vielleicht maximal 50 bilder und das über einen zeitraum von ein bis zwei stunden und das gibt mir wahrscheinlich die möglichkeit mich wirklich mehr mit den leuten auch auseinanderzusetzen also während des shootings reden wir wirklich über über gott und die welt und machen nebenbei mehr oder weniger die bilder und das macht es vielleicht tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen anders und ein bisschen entspannter und ich bin auch wirklich der meinung dass in einer guten fotografie 80 prozent kommunikation stehen viel kommt einfach davon wie rede ich mit den leuten wie kann ich emotionen raus kitzeln wie kann ich leute bestimmte stimmungen versetzen weil es funktioniert letztendlich nicht so dass ich sage okay stell dir jetzt mal vor du bist traurig und gib mir irgendwie einen sehnsüchtigen blick oder so das klappt das klappt auch bei schauspielern weil das ist dann immer so ein bisschen zu viel also im bild kann man das denke ich ganz gut enttarnen und deswegen ist denke ich die kunst des fotografen dass man sich so ein bisschen ja der kommunikation bedient und leute so ein bisschen indirekt in diese situation rein schiebt die man gerne hätte und das kann man machen indem man geschichten erzählt man kann vorher so ein paar informationen sammeln und muss wissen okay bei welchen rädchen bei der person kann ich jetzt drehen damit ich sie vielleicht so ein bisschen in die ein oder die andere richtung schieben kann und das ist einfach das wichtige also ich denke daher kommt kommt ob es ein glaubhaftes ehrliches authentisches bild ist oder ob es einfach nur ein schnappschuss ist bei dem ich vielleicht glück hatte als mittelformat kamera habe ich tatsächlich meine meine schon immer liebste kamera wenn man es einfach mal so sagt weil es einfach sehr sehr ikonisch ist und irgendwie so dass das sinnbild wahrscheinlich klassischer studio fotografie auch das ist eine hasselblatt 500 cm letztendlich ist der grund tatsächlich auch weil ich diese kamera unglaublich schön finde und wenn ich eine kamera unglaublich schön finde dann arbeite ich tatsächlich auch gern damit und da hängt auch so ein bisschen mein mein herzblut letztendlich an der kamera dran der zauber der analog fotografie oder der große vorteil ist meiner meinung nach dass das ergebnis eigentlich während der aufnahme schon entsteht der bild look ist abhängig vom film vom objektiv und ich habe euch in dem moment wo ich den auslöser drücke habe ich ein fertiges bild ich muss mich danach nie wieder damit rumärgern mir ein farb look zu überlegen oder dann irgendwie im photoshop mich da lange mit aufzuhalten sondern das bild ist fertig und das macht es denke ich für mich relativ bequem wenn ich digital fotografiere und die möglichkeit habe ich theoretisch unendlich viele bilder zu machen warum sollte ich sie nutzen weil warum sollte ich sonst den richtigen moment verpassen und zu früh oder zu spät auslösen und deswegen ist die versuchung einfach sehr groß und ich persönlich kann mich auch nicht beherrschen wenn ich wirklich digital fotografiere erwische ich mich dennoch dass ich wirklich im dauerfeuer fotografiere und in dem moment fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen der bezug zum modell auch wenn es wirklich nur so ein augenblick ist ist das finde ich für mich relativ essentiell weil mir einfach die verbindung fehlt weil ich nicht mehr wirklich in dem moment bin und die person ich meine merkt natürlich sobald ich irgendwie in meinem menü rumklicke dann denken sie so okay pause was mache ich jetzt ich schalte ab und dann fängt an dem kopf zu rattern und in dem moment wo man sich so fragen stellt und selbst zweifelt dann sieht man es der person tatsächlich auch im gesicht an und wenn ich analog fotografiere ist das ein bisschen anders weil ich mache meine einsteigen am anfang ich habe letztendlich auch eine viele einsteigen ich habe eine blende ich habe eine verschlusszeit und ich habe einen film den ich einlege aber ich habe nie die notwendigkeit da wirklich zwischendurch noch mal einsteigen zu ändern oder ich kann keine bilder kontrollieren und das macht die sache einfach so viel einfacher und so viel intimer vielleicht sogar beim fotografieren weil ich die ganze zeit wirklich in verbindung mit der person bin und nie von irgendwelchen sachen abgelenkt wäre ich versuche relativ minimalistisch zu fotografieren also keine großen inszenierungen zu machen oder viele sachen oft zu fahren meistens tatsächlich irgendwie mit der person unterwegs in der stadt meistens und sucht da wirklich eher so nach strukturen mustern form flächen um quasi den hintergrund ein bisschen zu füllen aber gar nicht erst in versuchung zu kommen wirklich abzudenken in dem sinne dass ich sage okay ich möchte wirklich 90 prozent der aufmerksamkeit soll die ganze zeit auf der person liegen ich fotografiere eigentlich ausschließlich porträts wobei ich den begriff tatsächlich so ein bisschen weiter fasse und für mich ein porträt jetzt sind wir typische ausschnitt ist den man irgendwie so aus dem passbild kennt in dem sinne porträts für mich jedes foto wo tatsächlich eine person als hauptmotiv drin steht und da ich das so ein bisschen weiter fasse ist für mich eigentlich immer so das motto ich porträtier menschen und momente so